Hallo und herzlich willkommen zurück bei ManuStone. Mein Name ist Silas, aber das wisst ihr ja schon. Ich kaue Fingernägel. Und das schon seit ich denken kann eigentlich, ja. Ist ein Problem, das schleppe ich wirklich schon mein Leben lang mit mir rum. Und hatte ich mal mit 18 oder 19, so, hatte ich das mal eine Zeit lang im Griff. Da habe ich aber auch drastische Mittel ergriffen und zwar habe ich mir im Nagelstudio so Gel-Nägel drauf machen lassen, dass ich einfach an meine richtigen Nägel nicht rankomme. Und dann konnten die Originalen drunter etwas wachsen, weil sonst war ich wirklich, es war einfach nichts mehr da. Und mittlerweile geht es ganz gut und manchmal schaffe ich es auch ohne Hilfsmittel wachsen zu lassen, aber irgendwann ist es wieder weg. Ich weiß nicht, ich glaube den Reflex, dass man kaut, bekommt man nie los. Aber ich habe mir so ein paar Hilfsmittel geschaffen, dass ich die immer wieder wachsen lassen kann. Dann versuche ich wieder die Hilfsmittel weniger werden zu lassen. Dann merke ich, okay, ich kaue wieder, dann werde ich die Hilfsmittel wieder erhöhen. Denn früher habe ich mal ausprobiert mit so einem Bitterstoff, ja, da gibt es ja extra für Nägelkauer so einen Bitterstoff. Den tut man auf die Nägel und dann, äh, bitter, bringt gar nichts. Bringt am Anfang was, aber irgendwann schmeckt einfach alles bitter. Isst man einen Burger oder Pommes oder such irgendwas, fasst man irgendwas an, was man nachher isst, schmeckt alles bitter. Und natürlich, wie ist es mit bitter, man gewöhnt sich dran, schmeckt einem irgendwann und dann verstärkt es den Effekt des Kauens eigentlich nur. Für mich das wirksamste Mittel, und das könnt ihr gerne mal ausprobieren, falls ihr Fingernägelkauer seid. Und mich würde es freuen, falls es funktioniert, dann schreibt es in die Kommentare. Und falls nicht oder falls ihr andere Möglichkeiten habt, wie ihr das Fingernägelkauen unterbindet, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich glaube, für Frauen ist es einfacher, nicht zu kauen, als für Männer, weil Frauen können einfach Nagellack drauf machen. Und zwar in allen Farben, allen Marken, wurscht egal. Aber ihr könnt einfach Nagellack drauf machen und habt dann das Problem nicht. Jetzt gibt es aber ja, Gott sei Dank, solche Nagellacks, Nagellacke, Nagellacke, die durchsichtig sind. Ist ja scheißegal, was für eine Marke, durchsichtiger Nagellack. Ich muss jetzt sagen, ich habe vorhin mir neun gekauft, bisher hatte ich die immer geschenkt bekommen. Heute habe ich mir zum ersten Mal einen Nagellack gekauft. Ich habe nicht geschaut, ob es bei denen ethisch korrekt zugeht oder so. Ich habe einfach nur auf den Preis geschaut. 95 Cent hat er gekostet. Und zwar bei Müller, Müller Drogerie. Und das ist der hier. Und den werde ich jetzt mal ausprobieren. Wie der so ist, der vorherige, den ich habe, den habe ich jetzt auch noch drauf. Aber ich habe gar keinen Nagellackentferner. Das heißt, ich muss das einfach drüber streichen. Der vorherige hat ewig gebraucht zum Trockenwerden. Ich hoffe, das ist mit dem nicht so. Nur ist das hier eben eigentlich so ein Unterlack. Den macht man drauf und dann den richtigen Nagellack drauf. Aber bei mir kommt nur der drauf und dann, den sieht man zwar schon, die Nägel glänzen ein bisschen. Man hat am Anfang, wenn man das anfängt, damit die Nägel wachsen zu lassen, hat man so das Gefühl, jeder guckt nur auf deine Hände. Jeder, egal wer, jeder guckt auf deine Hände, wenn du Nagellack trägst. Ist natürlich Quatsch, aber so kommt es einem vor. Einfach drüber wegsehen. Und vielleicht fragt auch tatsächlich mal jemand, trägst du eigentlich Nagellack? Und dann einfach sagen, ja, ich bin Fingernägelkauer. Einfach dazu stehen. Einfach die Wahrheit sagen. Dann passiert auch nichts. Ich mache das dann eigentlich immer so. Ich mache nicht den ganzen Nagel, sondern ich mache nur... Okay, der ist ziemlich dickflüssig. Passt. Ich versuche nicht den ganzen Nagel zu machen, sondern nur die Spitze. Das wächst dann auch recht schnell raus. Und glänzt nicht ganz so sehr. Nur habe ich es jetzt hier mit dem Nagellack total versaut. Deswegen mache ich jetzt den Daumen ausnahmsweise mal den ganzen Nagel. Aber gerade am Daumen habe ich auch ein bisschen das Problem, dass nicht nur... Oh mein Gott. Na, der sieht jetzt total beschissen aus. Der sieht jetzt total beschissen aus. Ich weiß nicht, vielleicht kann man... Kann man das mal... Da, Mensch, mal... Ah ja, okay. So, hier sieht man am Rand, dass er natürlich auch meine Haut leidet. Deswegen ist es vielleicht gerade am Daumen nicht schlecht, wenn da der ganze Daumen bedeckt ist. Ansonsten... Ah, der ist gar nicht zugedreht. Scheiße. Ich drehe das mal unten. Ja. Hat alles versaut. Sonst mache ich immer nur die Spitze ein bisschen. Die Spitzen. Klingt ja wie beim Friseur. Nee, einfach nur ein bisschen vorne hin. Weil man kaut ja auch nur vorne. Und dann ist es so, ich rede mir ein, dass Nagellack extrem tödlich giftig ist. Und ich denke, Nagellack ist auch nicht sehr gesund, wenn man den isst. Und er riecht einfach auch noch nach zwei, drei Tagen riecht er doch intensiv nach Nagellack. Ja, er riecht nach Lack. Und das ist mein Geheimrezept. Ich rieche das, wenn ich anfange zu kauen. Ich schmecke das und denke, oh mein Gott, Gift. Nein, raus, weg. Und dann kaue ich nicht mehr und dann können meine Nägel wachsen. Nagellack zu, auf die Seite und weiter geht's. Das nächste ist, eure Nägel wachsen. Ihr müsst eure Nägel kürzen. Da denkt jetzt jeder ganz banal, beziehungsweise eigentlich werdet ihr wahrscheinlich noch seltenst, fast noch nie ein Werkzeug benutzt haben, um eure Nägel zu kürzen. Falls ihr Fingernägel kauer seid. Dann kommen wir natürlich auf die erste Idee. Achso, um Fingernägel zu kürzen. Die erste Idee ist, einfach eine Nagelschere zu nehmen. Tödlich. Es entstehen kleine, aber feine Kanten. Und jede kleine Kante, wirklich jede kleine Kante, fährst, ah, Kante und weg. Fingernägel weg, vergesst es. Feilen. Ja, ich habe jetzt natürlich die tollste und superbeste, neuste Feile hier. Ich habe eine alte, ranzige, eklige Feile. Ja, ist aber meine einzige Feile, die ich jetzt gerade rumliege habe. Feilt eure Nägel. So, dass keine Kanten entstehen. Wenn doch mal Kanten entstehen, einfach so ein bisschen von oben nach unten feilen. Wunderbar. Sauber machen. Gut ist. Gleich wieder Nagellack drauf. Ich mache das meistens mit einem elektrischen Maniküregerät. Die Nägel schön schleifen. Wenn ich mich lange mit den Nägeln beschäftige, dann bin ich stolz drauf. Dann kaue ich auch nicht so gerne. Hilft auch etwas. Ja, einfach ein bisschen Zeit in die Nägel investieren. Und schon kommt so da ein bisschen der Gedanke dahinter, dass man die dann doch lieber wachsen lässt. Genau. Wenn euch unterwegs mal einen Nagel einreißen sollte, Gott bewahre. Sucht irgendeine Möglichkeit, dass ihr die feilen könnt. Irgendwie. Entweder ihr habt immer eine Pfeile dabei. Man kann kleine Pfeilen kaufen, Metallpfeilen in den Geldbeutel. Ja, da ist halt eben das Problem. Frauen immer in der Handtasche. Wunderbar. Und wir. Wir sind aufgeschmissen. Wir können die nirgends in die Tasche tun. Aber so kleine Pfeilen gehen in den Geldbeutel. Man muss nur aufpassen. Am besten irgendwie so eine Mitschutzfolie. Weil sonst geht nämlich der Geldbeutel ganz schnell auch kaputt. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Alles Mögliche. Also irgendwo was suchen, was schleift. Und abfeilen. So, dass keine Kante entsteht. Weil sonst ist der Nagel weg. Ich weiß es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.